Wenn du als Immobilienmakler die richtigen Kunden akquirieren willst und Aufträge am laufenden Band machen willst, dann musst du diese Dinge, die ich jetzt in diesem Video hier erkläre, genau verstehen, weil ansonsten wird dein Marketing, deine Werbung ins Leere laufen. Und was das genau ist, damit starten wir jetzt direkt in diesem Video ganz einfach durch. Denn die Frage ist, was sind denn die Ursachen, was sind die Gründe, warum jemand überhaupt seine Immobilie verkaufen will? Und damit wirst du auch sehr schnell herausfinden, was unterm Strich eben die Zielgruppe wirklich bewegt und wie du das Netz auswerfen kannst, als Immobilienmakler erfolgreich Objekte zu akquirieren, diese einzukaufen und dann auch natürlich auch zu verkaufen. Diese Motive sind auch die Ursachen dafür, ob ein Verkäufer auch wirklich seine Immobilie tatsächlich verkaufen will. Und tatsächlich verkaufen heißt oder einfach nur probieren will, wenn er einen guten Deal macht, dann macht das. Und diese Leute sind eh am Ende des Tages keine wirklich guten Auftraggeber. Also du brauchst Leute, die ernsthafte Absichten haben, eine Immobilie wirklich verkaufen zu wollen. Fangen wir doch mal an und gehen wir in die Tiefe. Der erste Punkt ist natürlich ein nicht so schöner Anlass, ist das Thema Tod. Also Tod und Erbschaft. Ich tue das mal zusammen. Tod und Erbschaft. Das heißt also am Ende des Tages Menschen, die sozusagen verheiratet sind und einer von beiden macht von seinem Ableben Gebrauch und du bist oder beziehungsweise die andere Person ist sozusagen die Hinterbliebene und muss jetzt sozusagen den Nachlass organisieren und will jetzt aus der Immobilie raus. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist der erste wirkliche Grund. Tod und Erbschaft. Aber diese beiden Dinge sind schon so unterschiedlich, so maximal unterschiedlich, weil der einen Personenkreis, also sprich Tod kriegst du zum Beispiel bei dem Beerdigungsinstitut, eine gute Kooperation, hat aber ganz andere Bedürfnisse im Gespräch als beim Thema Erbschaft. Weil dann ist eine Immobilie bereits vererbt, du hast mit der Erbengemeinschaft zu tun und so weiter. Das ist das Handling. Aber das ist mal Punkt Nummer eins. Zweiter, zweites Motiv, also hier ist der Pain natürlich hoch, muss man ganz klar sagen. Der Pain ist hoch bei Erbschaft. Leute sind sich vielleicht nicht einig, wollen die Immobilie unbedingt loswerden. Also hier sind fähige, gut kommunizierende Immobilienmakler gefragt, die das beherrschen. Dann haben wir einen zweiten Punkt, ist das Thema Scheidung. Und hier gibt es so einen Spruch, der heißt Scheidung und Tod sind des Maklers Brot. Ist ein bisschen makaber, kann man so sagen, ist aber so. Weil das sind die Hauptgründe für Immobilienverkauf. Dann haben wir Nummer drei. Also gehen wir mal zu zwei, also Scheidung. Scheidung, ja, da passiert halt auch jede Menge. Da ist Beef am Start, Zank, Streit, Drama. Da musst du auch als Makler, da kannst du unheimlich satt Punkte machen, wenn du als Makler wirklich gut bist. Wenn du dein Geschäft beherrschst. Wenn du gut kommunizieren kannst. Also da kannst du schon richtig was auf die Reihe bringen. Aber du musst halt eben auch dir darüber im Klaren sein. Und ich sage mal, jede Menge Probleme haben können, ja, also abhaben können, weil die Anforderungen sehr hoch sind, ja. Du musst halt mit beiden Leuten gut kommunizieren. Der eine ist auf die, die eine ist auf den sauer oder er ist auf sie sauer. Also da muss man schon was können, okay. So, dritter Punkt ist das Thema finanzielle Gründe. Finanziell bedeutet, dass zum Beispiel die Finanzierung eng wird. Finanzierung, also Geld wird knapp. Vielleicht eine Insolvenz droht. Also das ist auch ein hoher Pain. Aber auch wieder für Kompetenzträger, für Leute, die wirklich was können, kannst du hier wirklich was reißen. So, wenn du gut zugehört hast, dann wirst du jetzt schon jede Menge Ideen bekommen, jede Menge Gedanken haben, wie du jetzt an die Leute rankommst. Und du musst das gar nicht so kompliziert machen. Also hier geht es nicht darum, jetzt ein riesen Online-Marketing-System aufzubauen, sondern ganz einfache, ganz profane Dinge reichen schon aus, um jetzt da die richtige Pipeline aufzubauen. So, also das heißt, wir haben Scheidung, wir haben Tod und wir haben finanzielle Gründe. So, und dann haben wir als nächsten Grund sind eben Altersgründe. Ja, Altersgründe, also einfach die Immobilie wird zu groß. Ja, es ist mir zu beschwerlich. Ich komme nicht mehr klar mit der Immobilie. Ja, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Ja, wo auch der Beratungsbedarf extrem ist, weil die Leute, die aus der Immobilie ausziehen, brauchen auch etwas Neues. Ob das jetzt ein Seniorenbetreutes Wohnen ist, ob das ein Pflegeheim ist. Also hier sind auch wieder Makler gefragt, die etwas können. Und alleine bei den Dingen, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist so viel Kompetenzsteigerungspotenzial, wo du als Makler einfach dich beweisen kannst. Und wo du Menschen helfen kannst. Und im Folgezyklus du automatisch einen Auftrag bekommst. Ja, weil die Leute einfach erkennen, wow, der Makler hat mir hier wirklich geholfen. Ziemlich cool. Und der fünfte Punkt ist dann letztendlich, also zu dem vierten Punkt ist zu groß, zu klein. Also wird mir zu beschwerlich, kann den Garten nicht mehr mähen, beziehungsweise sie ist einfach viel zu groß geworden. Oder umgekehrt, das Objekt wird zu klein. Also durch zum Beispiel Familie vergrößert sich. Eine jüngere Familie fasse ich auch als vierten Punkt zusammen. Und jetzt kommt der fünfte, letzte Punkt ist Umzug. Umzug, also Wegzug aus beruflichen Gründen. Das ist ja auch wieder ein Thema. Das heißt, einer zieht vor, beziehungsweise einer zieht weg. Wohnt vielleicht über eine bestimmte Zeit in München. Und die Familie wohnt aber noch in Hamburg. Und irgendwann wächst ja auch der Druck, dann eine neue Immobilie in München zu finden. Aber auch auf der anderen Seite die eigene Immobilie in Hamburg zu verkaufen. Natürlich, einige wollen sie vielleicht vermieten, aber andere wollen sie dann auch verkaufen. Aber auch das Vermietungsgeschäft, das heißt Vermietung oder Verkauf, wobei Verkauf natürlich sexier ist, auch keine Frage. Hier haben wir fünf Gründe, fünf Motive, die dazu führen, dass eine Immobilie verkauft wird. Und vor diesen Gründen stehen aber immer ganz viele Fragen. Fragen, die Beratungsbedarf zur Folge haben. Die Unterstützung, Hilfe zur Folge haben. Und da kann sich der Makler hervorragend positionieren. Und wenn er jetzt in seinem Netzwerk, um dir mal so eine einfache Brücke zu bauen, wenn er in seinem Netzwerk auch noch jetzt in der Lage ist, sich wirklich als Experte zu positionieren, dass er in diesen Dingen eben wirklich sehr, sehr gut ist, dann kann ich dir eine Sache versprechen. Brauchst du dir, um neue Aufträge keine Sorgen zu machen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass du das verstehst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like und vor allen Dingen auch lass ein Abo da, damit du keins mehr der Videos verpasst. Und schreib mir gerne rein, was denn bei deinen letzten Immobilien die Motive des Verkäufers waren, warum er die Immobilie verkaufen wollte. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis demnächst. Ciao. E1 E1 E9 E3 E6 E5 E5 E0